Einfach. Das ist also Text. Zum Beispiel hier. Wir sind die Familie lustig. Das sind Paul und Laura. Mein Mann Peter und ich Elisabeth. Wir wohnen gerne in der Stadt. Wir leben in der Stadt. Wir leben in Weimar. Die Stadt ist klein und ruhig. Die Stadt ist klein und ruhig. Wir haben eine Altbauwohnung. Unsere Wohnung ist sehr alt, groß und gemütlich. Our house is old, big and comfortable. Elisabeth hat das gesagt. Und hier was sagt Boris? Boris. Priyanka, du kannst das lesen. Boris. Ich bin Boris Lomonosov. Ich arbeite in Berlin und wohne auf dem Land. Ich wohne in Oranenburg. Das ist Nordisch von Berlin. Ich habe dort ein Haus mit Garten. Der Garten ist groß und die Nachbarn sind nett. Okay. Garten ist groß und die Nachbarn sind nett. Garden ist big and the neighbors are nice. Ich bin Boris Lomonosov. I am Boris Lomonosov. I am working in Berlin. Wohne auf dem Land. Ich habe dort ein Haus mit Garten. Ich habe dort ein Haus mit Garten. Der Garten ist groß und die Nachbarn sind groß. Die Nachbarn sind nett. Garden ist groß und die Nachbarn sind groß und die Nachbarn sind groß. Die Nachbarn sind groß und die Nachbarn sind groß und die Nachbarn sind groß. So, woher arbeiten in Berlin? In beiden? Wer arbeiten in Berlin? Boris. 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 Okay. Wohne in der Stadt? Die Lustige Familie. Die Name ist groß und die Nachbarn sind groß und die Nachbarn sind groß und dich. Also, das heißt Elisabeth. Also, das heißt Elisabeth. Hier ist Boris, Boris und dotherapgern. So, Elisabeth. Ja. Learner in einem Haus mit Garten. Boris. Boris. Ja, Boris. Findet Weimar Klein und Ruiz? Elizabeth. Elizabeth. Hat eine Altbauwohnung? Elizabeth. Findet die Nachbarn nicht? Boris. Boris, ja. Die Nachbarn sind nett. So, ja. Über Boris und Elisabeth. They are talking about their house. Und hier, was machen sie wo? What they are doing and where? So, arbeiten, schlafen, kochen, baden, spielen und essen. These are the verbs. Pläski batkarine, rumki batkarine. For example, spielen, das Kindersimmer. What she is doing? Verb. Verb. Verb, arbeiten. This is the activity. And then now, the room is? Working room. Arbeit. 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 And next one, activity. Baden. 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 Das Baden. 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 Schlafzimmer. Schlafzimmer. Essen. Essen. Das Essen. Ja. Klar. Richtig. Essen und Essen.